Wir sind unterwegs im Auftrag zu zeigen, ob Menschen sich noch lieben, ob Menschen sich noch lieb haben. Auch in der Öffentlichkeit zeigen zu wollen, dass sie sich noch lieb haben, indem sie sich zum Beispiel einen Kuss geben. Wisst ihr warum? Was ist am 6. Juli? Tag das? Ich kusse es. Er weiß es, ne? Ich lese Zeitung jeden Tag. Also, wärt ihr bereit, hier vor der Kamera euch zu küssen? Na komm, zeig es dem Kleinen her. Ich lese dich nicht. Dankeschön. Er hält in mir Augen zu. Ich zeige euch, wo dürfen wir es senden? Ich sage euch, wo. Es kommt ins Internet und das ist die Webseite, wo wir euch eventuell schaffen, dass am 6. Juli, dass wir das schicken. Weil wir wollen einfach zeigen, dass Menschen sich noch lieben, habe ich vorhin schon gesagt. Und es gibt noch einen, der unbedingt ein Interesse hat, die Menschen zu lieben. Nicht mehr könnt ihr es sein. Ja, nächstes Mal auf der Karte. Gott, richtig. Es ist Gott, ne? Und er versucht auch ständig eine Beziehung aufzubauen zu den Menschen. Gelingt ihm immer weniger, einfach weil die Menschen sich nicht mehr auf Gegenseitigkeit interessieren. Also, euch viel Spaß dabei, ja? Und hoffentlich schaffen wir es euch reinzusetzen, ja? Danke. Viel Spaß. Jo, tschüss. 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 Tschüss.